Lieber Robert, was war die ärgste Straftau, die du jemals in deinem Leben begangen hast? Naja, viel fällt mir da nicht ein. Na wirklich, also schnell fahren vielleicht mal? Ja, ist ja eine Verwaltungsübertretung. Gut, vielleicht einmal am Sonntag eine Zeitung mitgenommen. Du bist echt ein schlimmer Finger, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Ja, ich bin ernsthaft schockiert und möchte aber sagen, jetzt kommen ein paar Jungs, die haben deutlich mehr im Kerbholz als du. Sie hören, den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. In diesem Fall eher einem Anlegerwarenpodcast aus Österreich, denn in diesem Sommer wollen wir euch mit den schönsten und größten Geschichten aus dem Betrugswesen versorgen. Wer sind wir? Das bin ich, Rüdiger Landgraf und... Robert Gliederfer. Genau, seines Zeichens stellvertretender Wirtschaftschef des Kurier und als solcher natürlich auch immer wieder vieles berichtet über Skandale und Skandälchen. Am laufenden Bahn. Und ich möchte jetzt starten mit einer Firma, die ich gar nicht kannte ursprünglich, nämlich Steinhoff. Ja, gebe ich dir recht? Steinhoff hat mir überhaupt nichts gesagt. Steinhoff, weil ein Freund von mir aus Ekaterinburg, der hat gesagt, ich habe mein Möbel eingekauft bei einer Firma, die kennst du eh Steinhoff. Und ich sagte, nein, ich habe das nie gehört. Weil es klingt so deutsch. Ich dachte, ich müsste das kennen. Nee, kannte ich auch nicht, bis es dazu kam, dass man es kennen musste. Wer es noch nicht kennt, das ist eine südafrikanische Möbelfirma, die vor mehreren Jahren einräumen musste, dass in den Bilanzen, sagen wir es mal nicht, nicht alles ganz sauber bilanziert wurde. Oder anders gesagt, sie hat in etwa 10 Milliarden Euro getrickst in ihren Bilanzen. Und das war natürlich für die Anleger ein ziemlicher Schock. So, warum ist das jetzt für Österreich wichtig, lieber Robert? Weil sie auch bei uns existent waren. Nämlich, sie sagten sich, der Liner ist meiner und haben ihn gekauft und Kika gleich dazu. Kika-Liner. Genau, die hatten Kika-Liner und mussten sich dann im Rahmen ihrer Buchhaltungsunregelmäßigkeiten, wie man das auch nennen könnte, dann tatsächlich von einzelnen Töchtern relativ rasch trennen. Und meistens, wenn man sich rasch vortrennen muss, kriegst du nicht den besten Preis. Wird es günstig. Und wer konnte da bei seinem günstigen Geschäft einfach zugreifen? Der gute Bekannte René Benko. René Benko, genau. Der hat dann zugegriffen und hat sich von Sebastian Kurz vermittelt, dann um, nehme ich an, relativ günstiges Geld. Aber wenn es rasch gehen muss, dann ist es halt auch billiger, diese Übernahme gesichert. Und mittlerweile... Muss das auch bei ihm rasch gehen? Muss das auch bei ihm rasch gehen. Und mittlerweile ist ja diese Firma, und das ist die Kika-Liner, wenn ich es richtig gehört habe, weil du bist in der Geschichte besser drin als ich, aber ich habe gehört, dass Benko die um drei Euro verkauft hat und die gesamte Haftung im Kaufvertrag wurde beschränkt auf den Kaufpreis. Das heißt, die zivilrechtliche Haftung, die Benko gegenüber dem Käufer hat, liegt bei drei Euro, was ich persönlich bei diesem Deal schon für recht beachtlich halte. Ist gut, ja. Ein guter Deal. Ist ganz gut gemacht, ja. Und dieses Konkurs, also dieses Konkurs und die Mitarbeiter müssen sich zum Teil was... Ja, beziehungsweise gibt es halt Neukäufer, also gibt es wieder... Ja, ja, genau, macht vielleicht jemand weiter, aber die haben sich gleich in den Konkurs geschickt, ne? Ja. Genau. Aber es gibt die Firma dann trotzdem wieder noch weiter. Aber kommen wir vielleicht dazu, wie kann man eigentlich so tricksen? Also wie mache ich das eigentlich, jetzt frage ich mal, in unserem Betrüger-Warn-O-Warn-Sommerkurs, Sommercamp, wie mache ich das, dass ich einfach so tue, als ob es der Firma super geht, damit ich neues Geld von Investoren bekomme, neues Geld auch von Banken bekomme. Naja, wir hatten ja das in der letzten Folge mit Parmalat. Mit Parmalat, genau. Da wurden einfach Umsätze generiert. Die haben es, genau, die haben es auch richtig schön oldschool gemacht. Ja, die haben noch den Scanner genommen und haben dann in netter Weise Zahlen einfach mit der Hand ausgetauscht. Da schreiben wir 0 hinten dran und dann 1er davor und dann schaut das gleich besser aus. Das geht heute nicht mehr ganz so leicht, muss man sagen. Das kann man ja auch aufgrund der Bankbuchungen ja relativ schnell nachverfolgen, ob es die wirklich geben hat. Früher sagt, das ist ein Fax, das kann man schlecht lesen und so. Das ist halt alles nicht mehr richtig. In der elektronischen Zeit wird das schwierig. Heute macht man es eher so, indem man zwei Dinge macht. Man bewertet einfach Dinge zu hoch. Man sagt, man hat da zum Beispiel ein Goodwill in einer Marke oder was ähnliches. Also sprich, den Wert einer Marke kann ich ja manchmal auch bewerten, wie ich möchte. Weil wenn sich der Prüfer nicht genau auskennt, dann geht das. Und das Zweite ist, ich mache einfach schöne Zirkelkonstruktionen in meinem Unternehmen. Und schickt das Geld immer im Kreis. Und schickt das Geld immer im Kreis und dann überall einen schönen Umsatz und alles ist super. Das ist schon schwieriger, rauszukommen. Robert, sag einmal, was war denn der größte Verlust in einer Aktie, den du je hattest? Also du hast ja nie einen, weil du ja alles aussitzt. Aber würdest du aktuell eine Aktie verkaufen, was wäre dein höchster Verlust? Das wäre ja definitiv RBI und da wäre der Verlust, glaube ich, so bei 80 Prozent oder so. Siehst du, bei Steinhof, das ist gut gemacht, weil ihr das bei Steinhof kaufen könnt. Steinhof hat jetzt 100 Prozent und zwar wirklich ganz offiziell, weil die Aktie ist Ende Juni von der Börse genommen worden. Im Rahmen einer Restrukturierung, die alten Eigentümer kriegen gar nichts. Kann so etwas immer passieren, ja. Und das Unternehmen darf aber weitermachen. Das wird nicht leicht werden, weil wie gesagt, da ist immer ein Milliarden Schuldenberg drauf. Aber ein Gericht in Holland hat ihnen erlaubt, dass sie jetzt, weil sie in Holland ihre MV angemeldet haben, hat ihren Restrukturierungsplan durchgehen lassen und sollte jetzt eben neu durchstarten. Schauen wir mal, ob sie das schaffen. Leute, die Möbel kaufen wollen, ich weiß nicht, die können sich ja auch entschuldigen, entsprechend indem sie ihre Schulden restrukturieren, wie das so schön heißt, oder schließlich einfach nicht zurückzahlen. Aber das ist ja auch okay, weil ein Gläubiger, und wir zwei sind gebrannte Kinder, ein Gläubiger hat ja auch das Risiko zu tragen. Und wenn Steinhof mehr Zinsen zahlt als der deutsche Staat, wird es einen Grund dafür geben. Das ist halt nur die Frage, ob eine Fortführungsprognose so ausfällt, dass sie sich wirklich auszahlt. Laut den Niederländern anscheinend schon. Gut, dann nehmen wir das so hin. Also nehmen wir das so hin und können ja hoffentlich in ein, zwei Jahren draufschauen. Genau. Was hast du Schönes? Ich komme jetzt zu einem spektakulären Fall aus Österreich. Ein Klassiker. Ein Klassiker, der sagt wirklich allem was. Ein so richtiger Krimi, der uns, man muss schon fast sagen, jahrzehntelang beschäftigt hat. Auch diverse Parteien in Unruhe versetzt hat. Denen es jetzt aber mittlerweile in Umfragen wieder fantastisch geht. Und wo auch einige hinter Gitter gelandet sind oder, muss ich sagen, gelandet wären. Ja, das stimmt. Nämlich Hyperalpa-Adria. Ein wirklich mächtiges Ding. Im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur was das Ende betrifft, das unrühmliche Ende, sondern auch den Anfang. Das war nämlich schon in den 90er Jahren unter kräftiger Mithilfe von Landeshauptmann Jörg Haider. FPÖ, wir kennen es ja. Ja. Der hat sein eigenes großes Imperium schaffen wollen. Na gut, aber das ist... Dazu zählt natürlich auch eine große Landesbank. Das wäre an sich ja noch nicht illegitim. Das wäre nicht illegitim. Und seine Landesbank ist natürlich dann noch größer und besser, wenn sie auch ins Ausland expandiert und dort auch ihre Sachen betreibt. Ja. Und so ging es, so kam es auch. Nämlich quasi sein Atlatus, Wolfgang Kulterer, hat diverse Banken in Südosteuropa, diverse Töchter da gegründet. Und das ging relativ leicht, weil Jörg Haider hat Landeshauptungen in Milliardenhöhe vergeben. Und mit so einer Landeshauptung, die ist ja durchaus was wert, da kann man dann schon was anfangen. Da kriegt man Geld rein. Auch günstiges Geld. Auch günstig. Ja, weil das ist ja eine Landeshauptung. Bundesland Kärnten ist ja... Vielleicht erklären wir kurz, was eine Landeshauptung bedeutet oder was eine Haftung generell ist. Ja, also da steht dann das Bundesland in dem Fall dafür gerade. Sprich, wenn mit der Bank was ist, dann kann man sich an das Bundesland wenden und das Bundesland zahlt. Ja, aber ich frage mich immer, das Bundesland zahlt? Ich meine, auch das Land Kärnten hat noch keine eigene Währung gehabt damals. Ja. Und können das Zeug auch nicht rücken. Natürlich nicht, aber ich meine, das Land Kärnten ist ja Teil Österreichs und das wird dann für irgendwie gehen. Also das ist ja... Ich meine, wir wissen das. Das ist der Föderalismus hier in diesem Land. Und der Glaube daran, dass öffentliche Schulden ja besser sind als private, ist ja auch nur schütterlich. Das ist hier auch Basel-Kriterien. Ja, ja. Solche Anleihen, die gesichert sind, gelten als Kernkapital in Banken und werden begünstigt. Ja. Und wenn ich mir eine Anleihe von Microsoft kaufe, ist sie schlechter als eine von Griechenland. Also nur... Gut, bei Griechenland... Ja, ich sag's nur, aber wenn ich es auf den Basel-Kriterien... Ja, aber wenn ich es von Teufel her nehme... Okay, egal. Aber kommen wir zurück. Kommen wir zurück auf den Punkt. Damals hat jedenfalls niemand geglaubt, dass diese Haftungen jemals schlagend werden könnten. Also die Bank stand ja solide da. Das ist so wie bei einem Konsumkredit, wo sie... Na, unterschreiben Sie einfach unten. Na, na, das ist nur wegen der Haftung. Ja, ja. Das ist alles kein Problem, ja. Die Bilanzsumme wurde schon dann auf 2005 auf 24 Milliarden Euro gepusht. Und 2008 lag sie dann bereits bei 42 Milliarden, also innerhalb von drei Jahren... Explodiert. Ja, nicht verdoppelt, aber fast. Und eine Bilanzsumme ist was? Das ist quasi das gesamte Vermögen, was die Bank dann so besitzt. Also auch was sie aushaftend hat an Krediten. Genau, ja. Und Ende 2008, wir erinnern uns, Finanzkrise, da ging es den Banken ja dann nicht wirklich prickelnd. Aber schon zuvor begann die Kacke zum Dampfen, nämlich 2006 wurden hohe Verluste bekannt. Und der Herr Kulterer gerät massiv unter Druck. Und in der Folge musste die Bilanz bis 2004 neu erstellt werden. Und siehe da, man kam drauf, 2004 war sie schon negativ. So, aber wie kommt deine Bank zu einer negativen Bilanz? Was passiert da? Ja, dann sind... Haben es so viele Kugelschreiber verteilt am Meldspurtag? Oder haben in etwa Leute ihre Kredite nicht zurückgezahlt? Es wurde zu einiges getrickst in dieser Bilanz, ja. Also die Ausgabeneinnahmenrechnung hat einfach nicht gepasst. Wurde hingedreht. Und die Finanzmarktaufsicht hat dann auch den gesamten Vorstand wegen Bilanzfälschung angezeigt. Kam nicht von ungefähr dann. Und Kulterer aber machte dennoch weiter, wechselt in den Aufsichtsrat und zog dann weiter die Fäden dort. Das heißt, obwohl mich die FMA anzeigt wegen Bilanzfälschung, ist der logische Schritt, ich gehe jetzt in den Aufsichtsrat. Ja, ich meine, in Kärnten, Jörg Haider und so. Ist aber auch eine überraschende Karriere. Muss man seinen Mann dann schon irgendwie halten und halt so aus der ersten Reihe nehmen, aber in die zweite Reihe. Wir hatten für ein paar folgenden Fitness-Tests. Vielleicht zählt das doch zum Fitness-Test, dass man eine Anzeige der FMA hat. Fit and Proper. Ja, Fit and Proper, genau. Dann hat sich der Haider gedacht, naja, läuft doch nicht so gut, wir verkaufen es. Aber wer kauft sowas? Ja, die Bayern. Weil sie einfach gute Menschen sind. Nein, die Bayern haben sich gedacht, das ist jetzt ein super Deal. Und haben sich die Bank um 1,6 Milliarden gekauft. Also das Land Bayern oder diese bayerische Bank zahlt 1,6 Milliarden an das Land Kärnten. Genau. Das ist doch super, dann kann das Land Kärnten sagen, fantastisch. Ja. Aber ich glaube, es gibt da Probleme. Ja, weil schon ein paar Monate später musste die Bayern LB dieser Tochter jetzt, die jetzt zu ihr gehört hat, 440 Millionen Euro nachschießen. Ja, das ist ein Problem und ich meine, sagt das Land Kärnten. Das ist eure Tochter, bitte schießt nach. Ja, und dann kommt die Finanzkrise. Und das sind dann nochmal 700 Millionen. Auch da sage ich wieder, das ist ein Problem und ich meine es. Ich habe es verkauft, gehört dir. Danke aus. Ja, und dann kommt aber eben wirklich die Finanzkrise durch. Du kannst dir erinnern, Rüdiger, die Banken mussten alle gestützt werden, mussten bewahrt werden von einem Bankrun. Die meisten, ja. Es gab auch Ausnahmen. Es gab Ausnahmen, aber die meisten mussten gestützt werden, beziehungsweise wurden sanfter hingedrängt, muss man auch korrekt sagen. Ja, mit einem wirklich gut verzinsten Partizipationskapital des Staates. Also 6 Prozent. Und das zu Zeiten, als die Inflation wirklich noch bei 2 Prozent war. Und es war für den Staat ein guter Deal, weil es wurde verzinst zurückgezahlt. Absolut, und das geht ihm unter. Alle Sachen, wenn ich mir gerechnet bin, und weißt du, was der Staat ausgegeben hat für die Bankenrettung? Und du sagst, nein, eigentlich war es ein Geschäft. In den USA noch mehr als in Europa. Richtig, ja. Aber letztlich hat es funktioniert. War ein super Geschäft für den Staat. Und die Hypo hat dann vom Staat 900 Millionen noch erhalten. Also die Bayern haben reingepumpt, der österreichische Staat hat auch nochmal reingepumpt. Und ja, dann ein weiteres Jahr später werden noch weitere Leichen im Keller gefunden. Und man merkt, es reicht mit diesen Millionen, die eh schon da drin sind, nimmer, weil es Milliarden sind. Ein Milliardenloch, das so groß ist, dass es unter die Mindestkernkapitalquote, also dass die Bank unter die Mindestkernkapitalquote fällt. Und dann müsste das Geschäftsbetrieb einstellen. Ja, das ist bedrohlich, weil wenn du zu wenig Kapital hast, dann kannst du dein Geschäft nicht mehr machen, wie du richtig sagst. So ist es, ja. Ja, und dann, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, kurz vor Weihnachten war es. Da musste die Bank notverstaatlicht werden. In einer Krisensitzung, Finanzminister damals war der Sepp Röll, kamen auch die Bayern und die Kärntner, kamen auch noch und dann haben es alle gerettet und es war jedenfalls... Ja, nimmst du halt du diese Malefizbank, die müssen sie auch nicht haben. Weil, Röll musste die Bank nehmen, weil die Bayern gesagt haben, mir ist das wurscht, ich trage die zur. Ja. Und dann hat es geheißen, die ist doch, ich will nicht sagen, too big to fail für österreichische Verhältnisse, aber sie war doch... Es war eine schwierige Entscheidung, sagen wir es so. Ich möchte mir da kein Urteil, auch nach all den Jahren mehr anmaßen, es war eine schwierige Entscheidung. Also ich maße mein Urteil an und aus meiner Sicht war das eigentlich eher, das Ende eines tragischen Prozesses. Ja, natürlich schon. Und das extrem tragische Teil dieses Prozesses, den man, glaube ich, oft viel zu wenig beleuchtet, war im Kärntner Landtag. Ja. Als man beschlossen hat, wir verkaufen jetzt die Bank an die Bayern. Dann sind wir die Probleme los. Aber wir behalten dabei die Haftung. Ja. Also ich verkaufe eine Bank und behalte die Haftung. Das bedeutet, jeder neue Bankmanager, der da reinkommt, denkt sich folgendes. Also ich kann jetzt einen Kredit vergeben. Wenn der zurückkommt, habe ich mehr Gewinn. Wenn er nicht zurückkommt, trage ich nicht die Haftung. Ja. Was wird er machen? Er bläht die Bilanzsumme auf. Natürlich, weil er kann ja nichts verlieren. Ja. Und das, das muss man dazu sagen, bei allen Kritikern, Jörg Haider und so weiter, war, soweit ich informiert bin, ein einstimmiger Beschluss. Ja. Das war im Kärntner Landtag, wo auch der Holup von den Grünen und viele anderen zugestimmt haben. Ja. Und wie man da zustimmen kann, scheint wieder, dass das Bildungsniveau, was Finanzbildung betrifft in Österreich, echt ein Problem ist. Das sollten wir mal ein Volksbegehren dazu machen. Tatsächlich nicht, aber es ist echt ein Problem. Weil es ist jedem klar, wenn ich heute eine, nehmen wir an, ich habe ein Auto und ich verborge mein Auto und jemand anderer kann damit einen Schaden machen. Würde ich, oder ich verkaufe mein Auto. Würde ich mein Auto verkaufen und sagen, ich verkaufe mein Auto und wenn es gut geht, ist alles gut und wenn es aber, wenn es dich einbaust und den Fußgänger wegschreibst oder ein Auto, ein anderes Auto beschädigst, dann trage ich die Haftung dafür. Das würde kein denkender Mensch machen. Und genau das hat das Land Kärnten gemacht. Und es ist vollkommen absurd. Ja, in dem Punkt gebe ich dir recht. Und dann weiß ich echt nicht, wie es der Sepp Röll nachher hätte retten sollen. Ich weiß nicht, wie du aus der Nummer wieder rauskommst, mir ein völliges Rätsel. Deswegen sage ich ja, da maße ich mir jetzt, was die Republikseite betrifft, maße ich mir da jetzt kein Urteil an. Bezüglich des Landes Kärnten gebe ich dir völlig recht. Ja, und ein einstimmiger Beschluss im Landtag. Ja, weil da stimmen wir alle mit, weil das ist super. Da haben das die Bayern und wir kriegen 1,6 Milliarden und was dem Kleingedruckten steht, das schauen wir uns nicht an. Ja, also man hat einen anderen Weg gewählt. Man hat jetzt nicht noch einmal mehr Geld reingebunden. Man hat aber auch nicht zugesperrt. Man hat eine Bad Bank gegründet. Eine Bad Bank ist ein Vollendungsvehikel. Man macht gar kein Neugeschäft mehr, sondern man wickelt diese Bank einfach ab. Sprich, man versucht alles, was da ist, noch zu verwerten. Aber da waren wir dann doch besser als gedacht, weil damals haben wir es im Kopf gehabt, da war immer so 8 Milliarden Schaden. Das lief wahnsinnig super, das lief wahnsinnig gut, weil der Schaden hieß ja damals glaube ich 16 Milliarden usw. Es flossen dann insgesamt 10,85 Milliarden Euro, weit mehr als Betroffene oder Fachleute jemals erwartet hätten. Und Heter hieß die übrigens. Man ging nämlich davon aus, dass 46 Prozent zurückfließen. Gewonnen sind jetzt dann 86 Prozent. Und das ist eine wirklich große Menge und veräußert, ich sage jetzt nur ein paar Beispiele, die italienische Tochter, die kroatische Tochter, dann eine Kreditmanagementplattform mit Portfolios an Krediten, diverse Liegenschaften, eine bulgarische Busflotte. Was man halt so hat? Ja, was man halt so hat. Diverse Immobilien am Balkan, Yachten, Fährschiffe, Privatgeschätz, Tankstellen und ein slowenisches Olivenölunternehmen. Ja, also ist doch toll. Ein buntes Portfolio. Ich frage mich immer, ist die Heter, oder Entschuldigung, falsch, ist die Hypo Alpe Adria in den Besitz des Unternehmens gekommen, weil die alle nicht ihre Kredite zurückgezahlt haben und sind in den Unternehmens gekommen. Genau so war es. Weil sonst ist es ja ein Portfolio, wo du sagst, der Alptraum wird das Manager. Ja, da denkst du dir, warum hat man die nicht schon früher zu Geld gemacht? Also das hat sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte offenbar angesammelt. Kann man wieder mal sehen, dass du vom slowenischen Olivenmarkt total wenig verstehst oder vom bulgarischen Busflotte. Ja, vielleicht waren das alles so Liebhabereien dann in dieser Bank und sagten, na, das können wir jetzt nicht verkaufen. Diese bulgarische Busflotte liefen wir so. Das Zerili-Straff, das taucht man aus. Ja, keine Ahnung, also das verstehe ich nicht. Juristisch ist jedenfalls die Pleite ebenfalls so gut wie aufgearbeitet. Ehemalige Vorstände und Manager, auch des zeitweisen Eigentümers Bayern LB, sowie ein mittlerweile aus der Partei ausgeschlossener ÖVP-Politiker, wurden wegen unterer und Betrugs zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Und Jörg Haider, tja, der ist dann gestorben. Der ist dann gestorben, noch bevor eigentlich diese Verstaatlichung, dieses wirkliche Fiasko losgegangen ist. Ja, er hätte es vielleicht sogar noch länger zudecken können, unter Umständen, dank seiner Strahlkraft. Vielleicht, aber... Wer weiß. Aber die Finanzkrise wäre, glaube ich, hätte ihm das knackgebrochen. Genau. Kommen wir von diesem wirklich Riesenskandal zu seinem eher mehr einem Sittenbild, einem lustigen Sittenbild. Wir sind in Österreich, da gibt es ein paar Management-Grundsätze, die es woanders nicht gibt, aber die halten wir hoch zum Beispiel. Die Großen müssen zusammenhalten, ja, das ist so eine Sache. Wettbewerb, ja... Ja, eh, ne? Leiband ist nett, ja, weil... Ja, und da... Kennt man von den Tankstellen, ja. Haben sich die Österreicher schon im Jahre 1950, beginnt die Geschichte, oder in den 50er-Jahren zumindest, also als Österreich, vielleicht was 55, als Österreich den Staatsvertrag hatte, da trafen sich in Wien im Hotel Bristol, kennt man, ja, wie sie lief von der Staatsoper. Gutes Frühstück gibt es da. Das erste Mal zu einem sehr guten Frühstück, österreichische Bankdirektoren aller großen Banken und haben gesagt, du, wie geht es denn, was verlangst du für Zinsen? Na, weißt du, weißt du, wenn du sagst 3,6, dann sage ich auch 3,6, dann sage ich auch 3,6 und haben gesagt, na, dann machen wir es doch alle gleich, weil es ist doch lästig. Wenn einer von uns jetzt mehr gibt, dann gehen die Leute zu dem, dann müssen wir alle mehr geben. Nein, das wollen wir... Und ich mache das bei den Krediten, na, du, da mache ich 6,7. Na, das ist ja eine gute Idee, du, da einigen wir uns drauf, genau. Und haben ihre Zinsen komplett abgesprochen. Also, das ist natürlich jetzt außerhalb von Österreich, würde man so etwas als, seid ihr alle wahnsinnig bezeichnen. Ja, aber jetzt gewerb ist ja in Österreich ja prinzipiell etwas widelverpöntes, oder? Aber natürlich redet man miteinander und tauscht sich aus. Na, sicher, sicher. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, diese Menschen haben das mit einer kompletten, ich sage mal, persönlichen Unschuldsvermutung gemacht, bei der mich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Ich wäre ja blöd, ich wäre ja blöd, wenn ich nicht mit jemandem anderen drüber rede. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es einen Wettbewerb und dann ist es für die Konsumenten besser. Ja, schön, aber was haben wir davon? Ja. So, also wirklich. Da redet man miteinander und dann passt. Und das ist wirklich bis in die 80er Jahre gelaufen. Das war in Österreich natürlich allen vollkommen wurscht, weil Österreich ist im Österreich. und danach aber passierte etwas ganz Dramatisches, nämlich 1995 ist Österreich zu dieser Europäischen Union beigetreten. Und das war an sich ja eine super Sache, aber gewisse liebgewonnene Geschäftspraktiken, gewisser Kolorit des Verhandlungswesens haben dann nicht mehr so funktioniert. Das haben die aber gar nicht gemerkt. Also der EU-Beitritt, dass das jetzt Compliance-mäßig dann schon ein bisschen anders ist. Also da gibt es sowas wie den Wettbewerbskommissar, die haben auch so die EU-weite Kartellbehörden. Österreich hatte damals noch nicht einmal eine Kartellbehörde. Also alles komisch und wir machen einfach mal so weiter. Ja, das soll immer sein. Wir gehen auch ins Bristol, da setzen wir uns wieder zusammen mit, weil das ist schon die dritte Generation am Bänker. So herrlich, dieses Frühstück und was machst du? Ja, 4,4 Prozent. Ja, das mache ich auch. Das ist fantastisch. Da habe ich jetzt Hinsen wieder abgesprochen und dann kommt dieser, wie soll ich sagen, diese Spaßbremse aus Italien, Mario Monti. Widerlich. Widerlich, ja. Nämlich er ist Wettbewerbskommissar und kommt und sagt, hallo, was macht ihr da? Und er war nicht der Erste, weil vorhin war schon Karel von Myrt da und war erstaunt über eine Sache. Er hat gesagt, ich habe total viele Kartellverfahren in meinem Leben geführt, weil das ist mein Job. So, ich habe noch nie eins gefunden, wo alles schriftlich bis ins kleinste Detail dokumentiert war. Ja, und eigentlich auch nicht so wirklich geheim. Es war irgendwie so ein offenes Geheimnis. In Summe wurden 100.000 Blatt Papier sichergestellt. Seit den 50er Jahren. Ja, da haben wir es genau aufgeschrieben. Ein schönes Archiv. Wo man es ganz genau sich ausgemacht hat, was man den österreichischen Sparern an Zinsen zahlt. Und nochmals für alle, das ist schlecht für den Konsumenten. Und deswegen ist es auch verboten. Deswegen gibt es Wettbewerb. Ja. Und auch für Unternehmen ist es ja auch schlecht. Für Unternehmen, wenn du Kredite nimmst. Genau, ja. Furchtbar. Und was ist passiert? Die Banken mussten Bußgeld zahlen. Die erste, die Bank Austria, die reiwesenden Zentralbanken zwischen 30 und 38 Millionen circa. Die Postsparkasse war auch dabei. Die Bank für Arbeit und Wirtschaft war dabei. Auch Bawag genannt. Auch aus den Gewerkschaftsbanken. Also wurscht, ob es eher eine konservative Bank war. Eine Bank, die dem Gewerkschaftsbund gehört. Völlig egal. Weil, wenn man sich zusammenredet, was die beim Reden kommende Leute sagen, da kann man sich das ausmachen. Die RLB Niedersreich, Wien war mit dabei. Also es waren alle dabei. Und es war das höchste Strafgeld, das die EU-Kommission bis dahin jemals gegen Bankenkartell verhängt hat. Und das hat sie ausgezahlt. Dabei haben wir da eigentlich gar nichts gemacht. Ja. Verstehe ich es ja. Weil, als dann dieses Strafgeld verhängt wurde, hat sich zum Beispiel die Bank Austria-Kreditanstalt-Gruppe mit den Worten geäußert. Also diese Bankrunden, wo man sich zusammengesetzt hat, der Lombarklub, das haben sie selber nicht genannt. Aber diese Bankrunden, die haben den Wettbewerb in Österreich in keinster Weise beeinträchtigt. Ich meine, man hat sich in Bristlack so getroffen, weil der Kaffee da so gut ist. Man hat sich nicht doch, da haben wir einen Vorteil davon. Nein, nein, undenkbar. Undenkbar, ja. Der Konkurrenzkampf in Österreich sei so intensiv wie in kaum einem anderen europäischen Land. Ja, ja, ganz klar. Das war großartig. Großartig, ja. Das sind so Argumente, wie wir sie auch immer wieder vom Lebensmitteleinzelhandel anziehen. Ansatzweise. Der Wettbewerb in Österreich ist so hart. Funktioniert, ja. Und vor allem ist es so hart. Deswegen ist es teurer, weil es so hart ist mit zwei Firmen, die das wir haben. Aber wieso heißt der eigentlich, oder hieß der Lombarklub eigentlich? Naja, Lombarklub ist ja ein Zinssatz, der berühmte Lombarsatz. Und das ist der Basis-Interbankensatz in Europa. Und deswegen haben sie sich Lombarklub genannt. Versteht. Da kommt das ja. Ganz genau. Und allein zwischen 1994 und 1998 gab es 300 Gesprächsrunden in Bristol. Und du das ausrechnest. Das haben wir jede Woche getagt, oder? Das war ja gar nicht monatlich. Pass auf, das kriegen wir hin. Ja, fast. Also wenn es in August und wenn es im Sommer abzieht, dann war es eine wöchentliche Sache. Und meistens ist es passiert, wenn die Wiener Notenbank die Leitzinsen geändert hat. Da hat man sich dann immer neu orientieren müssen. Und dann sagt, naja, jetzt sind die da wieder aufgegangen am halben Prozent. Gibst du das weiter? Na, ich glaube, da warte ich nur drei Wochen. Ja, da tut es eine gute Idee. Das mache ich auch. Heutzutage würdest du eine Teams-Konferenz das wahrscheinlich machen lassen. Ja, heute, ich glaube, aus diesem Lombarklub und den hohen Geldzahlungen, die es für die Banken bedeutet hat, gibt es eine Moral, die in Österreich bis zum heutigen Tage gilt. Jedes Schrifterl ist ein Gifterl. So ist es. Rüdiger, kennst du eine Firma, die sich selbst als the world's greatest company, also die großartigste Firma der Welt, bezeichnet? Und nein, ich verrate euch schon mal, es ist nicht Tesla oder irgendwas anderes, was Elon Musk besitzt. Das ist undreckbar, das kann es ja gar nicht geben aus meiner Sicht. Das ist auch nichts von Mark Zuckerberg oder Bill Gates, auch nicht. Upstart, ich glaube, es ist Upstart. Oder Rivian. Nein, ich meine, Größenwahnsinnig sind ja oft mal Leute, das passiert immer wieder. Nein, aber als Firma ist es schon ein bisschen grenzwertig, finde ich. Nein, es handelte sich um Enron. Ist dir der Name noch ein Begriff? Enron habe ich dunkel am Schirm, Skandal, 80er Jahre, 90er Jahre. Und was ich im Kopf habe, ist brennende Misskübeln bei der FBI-Durchsuchung. Also wo sich die Akten in Misskübeln angezündet haben. Ja, doch das konnte man machen damals. Heute muss er es halt löschen, aber damals wurde ich noch Papierakten in Misskübel verbrannt. Ja gut, andere gehen mit dem Stick in irgendein Müllunternehmen und versuchen den dort irgendwie loszuwerden. Andere geben ihr Handy zu jemandem, der leider Gottes von jemandem anderen bezahlt wird dafür, dass er das Handy dann nicht löscht, sondern ausliest und die Daten weiterverkauft. Ja, kann ja auch alles passieren. Auch das passiert in Österreich. Die Probleme gab es damals noch nicht und es spielte auch in den USA dieser Fall. Kommen wir zu Enron. Also 1985 war es, da gab es eine Fusion, zwei regionale Erdgasleitungsfirmen. Das klingt ja super sexy. Das klingt jetzt mal unglaublich spannend und die nannten sich Enron nach dieser Fusion. Also es ist kein schlechter Name, muss man sagen. Ja. Klingt gut, ne? Klingt super. Ich war jetzt halt ein Unternehmen wie viele andere auch und in den späten 80er Jahren wurde dann der US-Erdgasmarkt liberalisiert und entreguliert und auch der Strommarkt. Und das hat Enron ausgenutzt und hat sich geschickt überall eingekauft, zugekauft und wurde zum weltgrößten Energiehändler und zum siebtgrößten US-Konzern letztendlich. Was man immer dazusagen muss bei diesen Expansionen, ganz, ganz wichtig, passiert in 99 Prozent der Fälle auf Pump. Natürlich. Ja. Enron-Chef war damals ein gewisser Kenneth Lay. Das ist ein guter Bekannte gewesen vom damaligen US-Präsidenten George Bush. Und Kenneth Lay hatte das Pipeline-Unternehmen bis zum Jahr 2000 zu einem weltweit operierenden Energie- und Rohstoffhandelskonzern mit 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz ausgebaut. Das war aber nur die positive Seite der Medaille. Und es gibt auch eine negative. Die Kehrseite der Medaille war, dass es 40 Milliarden Dollar Schulden gab und die Schulden, die hat dieser Lay versteckt. Weil das ging relativ leicht. Nur 40 Milliarden verstecken, das ist relativ leicht. Da auch da wieder gut aufpassen, jetzt kommt das fürs Leben. Ja, das ging deswegen relativ leicht, weil die Firma so groß war und eben international aufgebaut war und er hat so viele Töchter gegründet, auch noch in den einzelnen Ländern, dass er das Geld, und das haben wir ja gerade vorhin besprochen, dann hin und her geschickt hat und irgendwie die Schulden durchaus trickreich somit deutlich minimiert hat. Und zudem hat er auch die Bilanzen noch gefälscht. Lay war offenbar ein super Beidrücker, weil du musst dir noch das operative, normale Geschäft machen und daneben in deinem Zweigshop diese ganzen Fake. Also da bist du wirklich... Manchmal sehen, so Manager arbeiten hart. Das ist wirklich ein hartes Business gewesen und er hat das so gemacht, er hat Waren in Form von Termingeschäften wurden bereits von Anfang an als Erträge gebucht und zudem wurden ähnliche Geschäfte zum Einkauf derartiger Waren nicht als Aufwand gebucht und dadurch ist der Gewinn deutlich gestiegen und auch das Eigenkapital. Und damit kann ich ja alles machen, was ich will, das ist super, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Bilanz, die endet am 30. Juni, dann kann ich sagen, ich habe total viele Termingeschäfte draußen mit Verkauf von Erdgas, die im Juli, August und September fällig sind, die buche ich aber noch im zweiten Quartal ein als Einnahmen. Leider muss ich das Gasredner wieder zurückbuchen. Nein, kaufen und das buche ich dann aber erst im dritten Quartal ein und so habe ich immer ein schönes Quartal. So ein Schiebhäut das Problem, das sicher auch nicht kleiner wird, von Quartal zu Quartal weiter. So ist es. Also ich glaube in Zeiten von diesen erratischen Energiepreisen, die wir letztes Jahr hatten, dann wäre das sicher ein spannendes Geschäftsmodell gewesen, wie er das dann noch irgendwie zu Wege gebracht hätte. Aber so weit kam er dann nicht mehr, weil er hat dann auch noch Geschäfte mit ausländischen Steuerparadiesen gemacht, wo er Offshore-Gesellschaften gegründet hat. Die hat er dann auch noch in die Konzernbilanz einbezogen, wo er das hätte nicht machen dürfen. Also jedenfalls Enron unterm Strich macht er Geschäfte mit sich selbst. Ich will es auch kurz erklären, warum darf ich ein Geschäft nicht einbeziehen, wenn es im gleichen Konzern ist. Ganz einfach, ich kann so jeden beliebigen Umsatz generieren. Mit der Robi, wenn ich in einem Konzern habe und ich borge ihm jeden Tag 1.000 Euro, borge ich mir jeden Tag zurück, haben wir in einem Monat 30.000 Umsatz gemacht. Aber in Wirklichkeit null. Ja, und deswegen darf man das nicht. Ja, die Verschuldung lief dann eben über diese Tochtergesellschaften, ohne dass diese in die Konzernbilanz eingebracht worden wären. Und dann hat er auch noch einen alten Schmäh verwendet. Er hat nämlich in der Bilanz Vermögenswerte weitaus höher bewertet, als es angebracht gewesen wäre. Und irgendwann hat mal die US-Börse auf sich gedacht, jetzt machen wir ein bisschen genauere Ermittlungen, jetzt schauen wir mal eine. Dann nehmen wir mal genau an und hat im Oktober 2001 Ermittlungen begonnen. Dann gab es noch ein anderes US-Energieunternehmen, das hieß Dinegy. Und das bot einen Monat später 9,5 Milliarden Dollar für Endron. In seinen besten Zeiten war der Konzern zehnmal so viel wert. Aber Dinegy hat eh Glück gehabt, dass er es nicht kriegt hat. Ja, die haben das Angebot wieder zurückgezogen. Und daraufhin ist der Aktienpreis vom Höchststand von 90 US-Dollar auf wenige Cent pro Aktie gesunken. Und kurz darauf musste Endron Insolvenz anmelden. Es handelte sich bis dahin um die größte Firmenpleite der US-Geschichte. Viele Betriebsrenten der Mitarbeiter gingen verloren. Zudem wurde bekannt, dass rund 500 Endron-Manager kurz vor der Pleite ihres Konzerns kräftige Bonuszahlungen erhalten hatten und obendrein im Jahr 2000 das Management seinen gesamten Aktienbestand verkauft hatte. Also die haben dem Rat... Ja, so ein Zufall aber wirklich. Schon ungefähr ein Jahr vor... Die haben nur Grad Liquidität gebraucht. Ja, natürlich. Das ist total vorverurteilend, was du da machst. Dieser Lay hat übrigens 100 Millionen Euro durch den Verkauf seiner Aktien verdient. So eine Yacht kostet auch, gell? Ja. Jedenfalls aus den Resten der Firmen und privaten Vermögen der Manager wurden dann Entschädigungen von sieben Milliarden Dollar gezahlt. Ist halt natürlich auch nur ein Teil... Ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, gewesen. Die Manager, die Verantwortlichen wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Lay starb dann an einem Herzinfarkt, bevor das Urteil gegen ihn rechtskräftig gefällt werden konnte. Ja, das war es für dieses Mal wieder. Was lernen wir daraus als Anleger? Ja, diversifizieren und streuen. Ja, weil du kannst dir Bilanz von einem Unternehmen ja zwar ansehen... Ja, aber ich sage einmal, wenn es die Finanzmarktaufsicht nicht schafft in Österreich oder die SEC in den USA, die Prüfer von Ernest & Young nicht oder von PricewaterhouseCoopers, dann werden der Herr Kledow und der Herr Landgraf selbst bei begeisterten, ambitionierten Bilanzlesen wahrscheinlich auch darauf reinfallen. Ja, und vor allem, wenn es sich um das größte Energieunternehmen der Welt handelt, dann geht man eigentlich nicht zwingend davon aus, dass es hier Malversationen in diesem Umfang gibt. Damit soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche mag ich nicht so viel verraten, aber wir starten im Burgenland. Was könnte das wohl sein? Jedenfalls sind wir dann vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser.